Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute mit Topper unterwegs auf dem Traumschleifchen Wildkatzenpfad. Diese Tour hat etwa 4,7 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese so sind, dann bleibt dran. Kiff, Kiff, Kiff! Kiff, 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 Kiff! M buenas noch nicht! Leck und so. Kiff! Mä, Kiff! Jaaa! Musik Untertitelung. BR 2018 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 Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden und den verschiedenen Tierarten, die wir hier sehen konnten. Wenn euch dieses Video auch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Achso, bevor ich es vergesse, schaut da hinten bei Topper noch vorbei, der macht echt coole Videos. Tschö, bis nächste Woche. Ciao und abonniert Strauß Wanderlust. Und Topper aus Avengers könnt ihr auch noch abonnieren. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020